So, eine Runde Rasen mähen und dann legen wir los, oder? Vor dem Training erstmal eine Nase ziehen. BAM! Einen wunderschönen guten Morgen! Alles fit? Moin, schön, dass du Zeit hast. Wir beginnen heute mal mit der Frau Weber, eine straffe Einheit, die Strange Condition, ich freu mich. Let's go, ich park mal einiger. Bist du ausgeschlagen? Ja, kann man so sagen. Aber schönes Wetter, das ist immer gut. Das ist der Hauptsache. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Das Wetter ist immer wunderschön. So, eine Runde Rasen mähen und dann legen wir los, oder? Ich würde sagen, ja. 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 Okay, wir starten mit den Zehnern, die müssten okay sein. Du kannst die andere Hand auch erst mal daneben führen, sonst erstmal spazieren gehen. Bisschen schwieriger. Gibt's dir auch gar nicht recht, wenn du möchtest. Einmal greifen, 20 Züge. Gleich nach vorne, wo du aus hinten. Genau, aktiv. Sag mal, fällt das auf, wenn ich den Airbike mitnehme? Ihr habt doch zwei da. Oh, so ein Airbag. Kannst du das Auto aus dem Dach schnallen. Ach so, gerade. Wie hast du das jetzt gerade gemacht? Daumenbreiter entfernt, das ist richtig. Die Füße sollten neutral stehen und vollziehen. Das heißt, enger zusammen. Noch enger, so breit bist du nicht. Ich stehe erstmal kurz. Wie? So breit bist du nicht? So breit bist du merken. Ey, was heißt das? Erstmal gerade. Gerade stehen. So. Sagst du das jetzt? Wunderbar. Also, dass hier Lügen verbreitet werden, dass ich nicht breit bin. Und nicht stabil genug. Hattest du auch gesagt. Das hat sie auch noch gesagt. Ist das komplett neue Übung für dich heute? Ja, bestimmt. Also, was heißt komplett neu? Etwas anderes gemacht. Ich glaube, dass du mich ziehen könnt. Ey. Wackel immer noch was drauf. Dreibeiner können raus. Und raus. Gut. Ein bisschen langsamer runter. Und eins, zwei, drei, halten. Genau. Und Push aufstehen. Sehr gut. Noch einmal. Und eins, zwei, drei, halten. Und aufstehen. Gute Pause. Mach zwei, drei, zwei, zwei. Ja. Über den Ruderwechsel. Ja. Gelernt ist gelernt. Ja. Kraftzeitnischer Trudiger. Wie schlägt sich Konrad bis jetzt so? Gut. Super. Musst du sagen. Ach warum? Ich sage immer so, ich will immer, also am Ende, jeder Mensch, der was Neues probiert, das kann nicht immer sofort alles rund laufen. Das ist auch gut so. Sonst wäre es ja bequem. So kann ich auch noch besser sein. Richtig. Also? Wie bei dir? Sehr gut. Noch fünf Stück. Genau. Jawohl. Und hier wieder raus. Sehr gut. Vier. Jetzt wird es raus an die Straße gestellt. Das ist ein Air-Bike. Hallo. Hallo. Ich hatte das Teil. Sogar ein Stromsport. Kannst du bei mir zu Hause mal machen, im Haus, im Keller. Ich bin dein Hamster. Dann brauchst du mir die Solaranlage. Das war meine Abschlussarbeit in der Uni. Ein Konzept habe ich geschrieben, wo sich das Fitnessstudio selber mit Sprungen generiert. Und mittlerweile gibt es sowas auch in Deutschland. Okay. Also gibt es in Berlin und so zwei Studios. Cool. Drei. Zwei. Und. Drei. 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 Vora. Drei. 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 Das Laufrandanschieben ist richtig freudig, ja? Ja. Das habe ich auch unterschätzt. Er hat ein bisschen zu toll angefangen letztes Mal. Ja, ich auch. Hat mich auch richtig hart gegeben. Erste Runde, da dachte ich mir, ey. Dann sind wir noch 15 Sekunden oder so. Das Training haben wir jetzt beendet. Zum Schluss habe ich noch ein Workout gemacht von der Frau Weber. Mit dem Laufrand, der Airbike. War hardcore. Ich danke fürs Training. Und wir sehen uns ja eben schon in Zukunft. Dankeschön. Ich habe noch ein Geschenk für dich. White Belt. Vielen Dank. Okay, Dankeschön. Entschuldigen Sie, woher haben Sie eigentlich den coolen Rucksack und die coolen Klamotten? So ein Zufall, der ist nämlich gerade ansprechend. Ne Leute, wenn ihr Bock habt auf so coole Sachen, so wie den Rucksack von Pitbull oder die Sachen hier von Pitbull, einfach auf Coupon. Da gibt es noch andere Sachen, Booster, Venom, von Adidas, allgemein Equipment, allmögliche Sachen. Konrad10 ist der Rabattcode. Und in der Beschreibung ist der Link. Schaut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.